Wir alle lieben doch Magie und Tricks. Deshalb werde ich heute in nur wenigen einfachen Schrittchen einen magischen Trick mit dir durchführen. Dieser Test ist eine spezielle Kombination aus Zahlen und Farben. Es ist gar nicht schwierig. Das einzige, was du machen musst, ist, dir die Farbe zu merken, die zu deiner Zahl gehört. Wähl eine Zahl zwischen 1 und 30. Zum Beispiel wähle ich jetzt die 15. Jetzt wirf einen Blick auf das Feld und guck, ob dort die Zahl steht, die du gewählt hast. Wenn ja, merke dir die gelbe Farbe. Es gibt die Nummer 15 in dieser Tabelle, also merke ich mir gelb. Guck dir wieder das Feld an und schau, ob es deine Zahl gibt, die du gewählt hast. Wenn ja, merke dir die orangene Farbe. Hier gibt es auch die Zahl 15, also merke ich mir orange. Wirf jetzt einen Blick auf das Feld und schau, ob es die Zahl enthält, die du gewählt hast. Wenn ja, merke dir die violette Farbe. Hm, ich habe die 15 gefunden. Die violette Farbe wird also gemerkt. Schau dir das Feld an und sieh nach, ob es die Zahl hat, die du gewählt hast. Wenn ja, merke dir die rote Farbe. Und ich merke mir die Farbe rot. Wirf wieder einen Blick auf das Feld und sieh nach, ob es die Zahl enthält, die du gewählt hast. Wenn ja, merke dir die Farbe grün. Hm, hier habe ich meine 15 nicht gefunden. Und jetzt addierst du die Zahlen entsprechend der Farben, die du dir gemerkt hast. Und, ist es die Zahl, die du am Anfang gewählt hast? Also ich hatte gelb 1, orange 2, lila 4 und rot 8. Lass uns die Zahlen mal addieren. 1 plus 2 plus 4 plus 8 gleich 15. Das ist die Zahl, die ich am Anfang ausgewählt habe. Magic. Wenn du heute was Neues dazugelernt hast oder dich die Magic komplett geflasht hat, zeigst uns und gib uns ein Däumchen hoch. Aber stopp, geh noch nicht. Wir haben über 2000 coole Videos, die dich ganz schön interessieren könnten. Alles, was du dazu tun musst, ist, eins der beiden Videos anzuklicken und dich zurückzulehnen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.